wie kommen wir da wohl hin was du denn hier ist doch schön ich hab nur zwei danke schön bis zum nächsten mal ok jetzt bin ich mal gespannt was ist das für ein viel wie können wir es besiegen wir bringen direkt darauf zu ist es klug keine ahnung irgendwie irgendwoher kenne ich das viel hat für mich entfernte ähnlichkeiten mit irgendeinem roboter aus domicom country returns ja das war auch fehl naja station ist funktioniert achte schon hat mich wieder zurückgebounce so geht es natürlich auch ich kann mich zerquetschen wollen du bist wieder mal nett Nein! Ahhhh! Diese Mistkacklierer, komm schon! Und zum zweiten Mal! Aber wie heisst es doch so schön? Aller guten Dinge sind drei! Die Fingertivik habe ich jetzt nicht gemeint. Nein, ich kann nicht schaff das schön. Cool! Ich muss sagen, ich werde etwas knack mit ausweichen. Komm schon, bleib mal stehen! Ah, ich sagte stehen bleiben! Ist ein... Erdespalten! Komm schon! Jetzt! Oh, tschüss man! Den sehen wir so schnell nicht wieder! Aber dafür! Unseren fünften Power-Stern! Mit dem Schlagbohrer! Ist ein Schlagbohrer! Oh Mann! Juhu! Da lacht das Herz ab einem neuen Stern! Juhu! 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 weiter fliegen weiß ich doch alles oder den auch immer was zu sagen sie wollen einen kleinen freund ist wieder da hatte ihn schon vermisst ja jetzt ersten das ist aber was ist er wirklich mit dem pilzraumschiff zurückgekehrt so ein kluges kerlchen dazu sage ich lieber mal nichts diese kleinen frohen turnen sind doch Freunde von dir oder sehe ich zwar jetzt erst das erste mal aber ja mann immer du zu dem pilzschiff willst dieser warpsockel bringt dich direkt dort hin das spiel wurde gesailt was ist denn das hier ist das geil also geil ist eine coole Idee wird so wird es gehen so ist das da gut also wieso kann ich den josh wieder rauf habe ich jetzt keine zeit ich will den nächsten power stern was hier auf der nächsten galaxie oder bleiben wir hier ja wir bleiben hier ich gebe ihm noch einen zweiten stern wahu wie heissen der tiefenbohrung nach silberstern silberstern gibt es hier auch ich bin gespannt dass aussehen soll ok schweiden gehen oder sag ich dazu nur wupp wupp und wieder mal hier zu sein vorsichtig heu egal ja nein die schon wieder lasst mich in ruhe ja wo ist der bohrer bohrer die und aber es ist nichts gelangt man zwischen dem sind jetzt ganz anders aufgebaut bzw. die welten Ah, wieder mal ein Minispiel, oder was? Teleporting, yo! Äh, hallo! Okay, der Regenbogen kommt. Der Regenbogen gibt's also. Der ist mal nicht drin. Was machst du da? Zwei auf einmal dieses Mal. Der Nächste. Was wäre jetzt los? Scheiße, ist da die Zeit vorbei, oder was? Das nächste Mal muss ja etwas schneller sein. Okay. Okay, so da bin ich nicht gekommen, zugegeben. Wow! Das ist echt gut. Was gibt's denn hier drunter Schiffnis? Nix gewesen mit den Späßen. Mann! Jetzt muss ich hier hin, oder? Um mich abprallen zu lassen. Wuuu! 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 Es tut weh! Es ist doch vorher schon! Aua! Wuuu! 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 Hallo Mario! Dann drängeln sich mal wieder nicht so. So lass'n du mir zusammen, kleiner Tod mit Brille. Ein Silberstern, wenn du 5 sammelt, ist doch cool! Danke! Hey! Aua! Okay, die falsche Richtung offenbar. So, wenn wohl es ist. Wo muss ich ihn jetzt einfach genau lang? Ach, bin ich schon noch in mir heraus. Einfach mal was versuchen! Number One! Vielleicht Number Two! Nee! Da kommt mir nach, sehr schön. Ja. Geht das heiter Suchen los. Ah, hier hat's noch ein paar. Der erste ist da. Dann gehen wir die ersten Wege voll drücken. Und wieder ein noch. Damit sind's schon 4. Gibt's denn hier noch? Wir schauen. Nein, ich hab nix mehr. Sonst ist es eher zentraler. Okay, dann... Auch nix. Was? Was? Was sind die letzten? Hä? Die letzten nicht, verdammt! Sag mal... Stellig bin ich jetzt hier wirklich etwas... ...bescheuert an, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Erstens such mal... Kreuz und quer, wie man so schön sagt. Okay, er hat überhaupt nix gebracht. Ich muss halt... Äh... Dann los mal hier. Hier ist auch nix. Moment mal, das Richtung ist sonst so ein Bura. Wow! Ah, hier ist er! Hm... Wird natürlich noch Ewigkeiten in ihn suchen können. Ein weiterer Power-Stern. Schon wieder einer. Ist das nicht geil? Wo ist er jetzt? Power-Sterne suchen? Ah nein, hier ist er schon. Und Nummer 6 gehört uns! Juhu! Ja! Das heisst also, den 6. Power-Stern im 5. Part! Ja, ich denke mal, in dem Tempo dürften wir... Ja, mit etwa 100 Parts so ist das, schätze ich mal. Wobei das ist demnach abhängig, wie viele Power-Sterne schlussendlich einsammelt. Äh... Was haben wir denn da? Einen Bura zum Wirbeln? Ja, wofür denn sonst? Zum Zähneputzen, oder was? Wie sonderbar, aber könnte sich vielleicht etwas nützlich erweisen. Ja, mehr doch Zahnarzt. Wieso ist das denn jetzt hier drin? Wieso ist das hier drin? Raus aus diesem Haus! Juhu! Was ist jetzt los, ey? Komm schon! Jetzt funktioniert er wieder! Der Strom funktioniert auch nur dann, wenn ich Mario will. Hm. So, hier haben wir alles. Noch keine 300. Schade, schade! Was ist denn das? Da muss ich mal. Da muss ich mir auch nicht schön. Dieses komische, äh, komische Kristallgebilde und baue ich eben diese 300 Sternteile. Schätze ich mal. Watte-Wolken-Galaxie. Ein Stern? Äh, Körsa, Mann. Ich steuere mal wieder. Ich steuere mal wieder. Ich sitze einfach zu nahen der, äh, Bewegensteuer, Mann. Ein Mann am Sensor. Wo steckt der Kapitän des Suchdrucks? Okay. Wo, wo, wo. Also nochmal ein paar Stunts. Und weiter geht's. Ist das ein seltsames Teil da? Mann, geh aus dem Weg. Geht doch. Wieso nicht gleich so? Seltsame Planete. Erinnert mich ja ein bisschen an die Edith, mit dem ganzen Wasser in der Start und so. Öh! Wolke betreten? Sag mal Alter, was bist du denn? Du siehst irgendwie aus einer Mischung aus Hulzbloc und Makoro aus Selden Windraker. Ich schüpfelge auf die Rolle. Egal. Rücke betreten? Du wurdest zu Wolken Mario! Schüttelte wir wie Femininung um bis zu 3 Wolkenplattformen zu erzeugen. Wie cool! Wofür das allerdings gut sein soll? Keine Ahnung. Sag ich immer noch, was ist hier eigentlich los? Öh! Die Power ist wieder weg. Hier war doch noch einer. Ah, genau. Was denn los? Hey! Unsere Mission war es, einen Power-Stern zu werken. Aber äh, dabei ist leider der Kapitän der Suchtruppe abhandengekommen. Irgendwie. Schwache Ausrede. Irgendwie. Irgendwie ist ihm eine gute Ausrede. Das heißt also für uns, wir müssen ihn suchen. Moment. Ist hier oben? Oh nein. Nur eine Münze. Ah, so funktioniert das. Au, 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 au! Nein! Uh! Uh, das war knapp. Ich dachte schon, ich flieg über den Planetenland hinaus. Das wäre mal was geworden, oder? Fly over the planet! Oh, irgendwie besser. Na, scheiße. Ruhe, solange ich Wolken Mario bin. Äh, Wolken Mario bin. Geht's jetzt? Ja, jetzt klappt's. Wo geht's jetzt weiter? Ja, hier geht's weiter. Wo war jetzt zwar nicht geplant, aber egal. Kurz abspeichern. Schon würde es hier weitergehen, aber zuerst mal... Was hat's denn hier drin noch? Ist ja jetzt ein Problem, muss ein... äh, aufkommen. Ja, ich mach's nicht ins Wort, das heißt. Ja, ich mach's nicht ins Wort, das heißt. Hm, das klappt mich mehr. Mann, ein Zug Mario 64 hat es geklappt. Ich hab's zumindest weiss. Er hat selber ausgedrückt, dieser Trottel. Wow! Fräsige Piranhas. Muss ich mir merken. Cool! Und weiter geht's mit Wolken Mario! Wir haben ja sonst nichts weiter zu tun. Oh nein! Na! Ich hab keine Wolkenpau mehr! Oh! Oh! Ich hab' das näher. Oh! Auf zum ersten Planeten! Oh, oh! Oh! Ich hab' das hier, da! Oh! 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 das mache ich hier kometen münze ich bin nicht daran kommen der andere teil hier ist noch mal wie komme ich jetzt da hoch einfach springen wie geht das ich habe es schon zu früh verbracht egal aus dem ersten panel Die Kometen müssen wir uns holen ein anderes Mal. Safe Point und genau passend um den Pau zu beenden. Wir sehen uns gleich wieder.